Hi Leute, heute geht es ums Kalorienzählen. Kalorien, das ist eins der Themen, die immer wieder auftauchen. Egal wo, ihr fragt immer wieder, wie ist denn das und wie decke ich meinen Kalorienbedarf und wie komme ich mit diesem jenen auf so und so viele Kalorien. Ja, es taucht einfach immer wieder auf und es ist sehr stark konditioniert. Und ich möchte in dem Video zu einer neuen Art von Ernährung mal anregen. Über ein neues Bewusstsein beim Essen. Eine Dankbarkeit, die man entwickeln kann. Zum Beispiel kannst du das nächste Mal, wenn du dich hinhockst und was isst, hast du einen Teller vor dir stehen, hast du was Leckeres stehen, hast du einen Apfel, hast du einen leckeren Salat, ein paar Feigen, was auch immer. Und du kannst dir jetzt bewusst machen, hey, wo kommt denn das her? Und dann stell dir mal vor, wie ist das gewachsen? Wie lange steht da jetzt schon dieser Baum? Seit 20, 30 Jahren trägt Äpfel. Und dieses Jahr, wie das Wetter war, erinnere dich mal, wie es geregnet hat, wie die Sonne geschehen hat und wie in diesem Apfel alles drinsteckt. Die Luft, CO2, was der Baum aufnimmt und was da alles drinnen steckt. Dann hat vielleicht jemand den Baum gegossen oder es hat geregnet. Die Wurzeln, die in der Erde stecken und da in Symbiose sind. Und wie viel Zeit und Energie in diesem Apfel steckt. Und dann hat ihn irgendjemand geerntet, hat ihn in den Laden gebracht, wo auch immer du ihn gekauft hast oder dir geholt hast. Oder du hast ihn direkt gepflückt. Noch besser, wo du wachst direkt auf einer Wiese. Und dann weißt du auch wieder viel bewusster, wo das Essen herkommt, was da drinnen steckt. Einfach sich das mal bewusst zu machen, bevor man ins Essen reinbeißt. Jede Mahlzeit, die du zu dir nimmst, mach dir das vorher bewusst. Und automatisch isst man dadurch normalerweise auch nicht irgendeinen Mist, weil einem dann auch bewusst wird, wenn man wirklich mal diesen Prozess zurückgeht, wo kommt denn das her, wie ist es gewachsen, wie ist es entstanden, wie ist es hergebracht worden, wie ist es verarbeitet worden. Und wenn man sich das alles mal bewusst macht, dann greift man automatisch mit einer ganz anderen Dankbarkeit zu Lebensmitteln. Und diese Art von Bewusstsein möchte ich eher wieder an dich weitergeben. Die habe ich gemerkt bei mir selber, wie die mich weiterbringt. Wie die eine ganz andere Dankbarkeit schafft, ein ganz anderes Bewusstsein, ein ganz anderes Körpergefühl, wie alles besser funktioniert. Die Verdauung, du isst anders, du kaust besser. Das ist so ein wichtiger Punkt. Setz dich vorher hin, mach dir das bewusst. Und mach dir dann eben auch bewusst, weil bei vielen dieser Glaubenssatz von Kalorien so tief drin steckt. Das erste, was ich auch immer in den Kursen mache, ich mache jetzt auch mit Nutrition Now. Und da habe ich auch in der zweiten Woche explizit, was diese Muster, diese Ernährungsmythen angeht, habe ich extra Kapitel deswegen dazu gemacht, weil es eben darum geht, dass du erstmal die Vase, die du hast, lehrst. Es gibt so ein Sprichwort, das heißt, eine volle Vase mit Wasser füllen. Und das funktioniert nicht. Du musst erstmal diese alten Glaubenssätze und diese Dogmen, diese Theorien, die nie bewiesen wurden, deswegen heißen sie Theorien, sonst wären es Naturgesetze, loszulassen. Wirklich fein zu lassen. Das mag am Anfang nur so ein bisschen verstandesmäßig sein, aber du musst dir das immer wieder bewusst machen. Deswegen, hock dich hin beim Essen und beobachte mal selber, was läuft in dir ab. Beobachte einfach mal, denkst du dir gerade, jetzt muss ich aber noch ein bisschen mehr essen, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr, was auch immer, Fleisch, Tofu, was du gerade noch isst, essen, damit ich mehr Kalorien habe. Dann hast du diese Glaubenssätze. Jedes Tier in der Natur hat herausgefunden, wie viel es essen sollte, wann und wie und was. Und was die artgerechte Ernährung ist. Und nur der Mensch mit so viel Intelligenz hat es nicht herausgefunden, weil da Ebenen vertauscht werden. Wir haben unseren Verstand auf die Ernährung angewendet, aber die Ernährung, dazu brauchen wir unseren Verstand nicht. Wir brauchen die Ernährung nicht zu denken, zu erdenken. Ernährung ist so simpel, genauso wie Gesundheit. Aber weil die Ebenen getrennt wurden, ist es für uns heutzutage nicht mehr simpel und so komplex geworden. Im Grunde, wenn du wieder lernst, auf deinen Körper zu hören und ein anderes Bewusstsein entwickelst beim Essen, dann ist gesunde Ernährung ganz leicht und du isst das, was nötig ist, du isst das, was dein Körper braucht und du genießt jede Mahlzeit, weil dein Bewusstsein spielt eben auch rein. Es gibt auch diesen Japaner, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ein Wissenschaftler, der Bilder von der Struktur vom Wasser gemacht hat. Und die Struktur verändert sich, je nachdem, welche Gedanken du da reinsteckst, je nachdem, mit welcher Information es gespeist wird. Und wenn du harmonische Musik, Wasser vorspielst, nimmt es eine harmonische Struktur an und das kannst du einfach auf den Fotos sehen. Ganz reell, ganz klar nachweisbar. Und dementsprechend, normalerweise Früchte haben mindestens 90% Wasser, Gemüse mindestens 70% Wasser. und unser Planet entsteht auch, entsteht auch, zumindest 70% aus Wasser, genauso wie unser Körper. Diese Parallelen kann man erkennen. So, und wenn du jetzt was isst mit dem Bewusstsein, dass das schlecht ist, dann ist die Struktur davon ganz anders. Es wird ganz anders von deinem System aufgenommen und verarbeitet. Die Information ist anders, weil 70% Wasser in deiner Nahrung sind, wenn du dich artgerecht ernährst, mindestens. Und dementsprechend schau dir wieder dieses Bewusstsein aufzubauen und das mit den Kalorien, das haut vorne und hinten nicht. Ein Buchtipp, den ich dir da geben kann, ist von Galina Shatalova, das habe ich auch unten drunter, der Affiliate-Link steht, in der Infobox immer mit drinnen, da habe ich auch ein paar andere Bücher, was die Ernährung anbelangt. Aber bei ihr, sie geht da explizit auf die Kalorien ein, hat er Versuche gemacht, Wüstenläufe mit Vergleichsgruppen, die weniger gegessen haben und dann trotzdem zugenommen haben. Und ich habe selber auch die Erfahrung gemacht, als ich mich schon komplett rohköstlich ernährt habe, da habe ich einen Unfall gehabt, Rollerunfall, ist mir ein Roller auf den Fuß gefallen und ich konnte nicht laufen. Und zu der Zeit habe ich mindestens mich vier, fünf Stunden am Tag bewegt, Sport gemacht. Ich hatte auch manchmal Inliner-Kurse, wo ich sechs Stunden am Tag auf Skates stand und dann hatte ich diesen Unfall. Vorher habe ich mich ganz normal eben rohköstlich ernährt und als ich den Unfall habe, immer noch, aber habe dann ein bisschen mehr gegessen, weil mir langweilig war. So, also ich habe mehr gegessen, gleichzeitig vier, fünf Stunden weniger am Sport am Tag und was ist passiert? Ich habe abgenommen. Ich habe abgenommen, weil die Muskelmasse, die ich durch den Sport hatte, ist runtergegangen. So, und dann als ich wieder begonnen habe, mich wieder mehr bewegen konnte, habe ich wieder zugenommen, weil die Muskelmasse wieder aufgebaut wurde und gleichzeitig habe ich wieder weniger gegessen und mich mehr bewegt, was dem völlig widerspricht. Aber du kannst dir mal vorstellen, kleiner Vergleich, wenn jemand jetzt mit so einem fetten Militär-Telefon zu dir kommen würde und sagen würde, ey, guck mal, was habe ich denn da für ein cooles Handy und du denkst dir nur, was bist denn du für ein Depp, was ist denn mit dir los? Ziehst du dein Smartphone raus und sagst, ey, hier kann ich sogar meine Bankabrechnung machen und was weiß ich auf meinem Smartphone und schön klein, passt doch in die Tasche. Würdest du den auslachen? Aber beim Körper machen wir genau den Fehler. Wir haben heutzutage in der Gesellschaft so ein Bild, Masse aufbauen wäre gut. Normalerweise, wenn dein Körper effektiv ist, dann baut er so wenig wie möglich Masse auf, weil er jedes Gramm rumschleppen muss. Er baut so viel wie nötig auf und es ist gar kein Problem, Muskelmasse aufzubauen und Kraft aufzubauen. Aber er baut so viel auf, wie nötig ist, wie er braucht. Nicht mehr. Wenn du ihn optimal versorgst, das wirst du feststellen. Du kannst ja Versuche machen, zum Beispiel kannst du auch mal probieren, wenn du nur Obst, aber dann dürfst du wirklich nur Obst essen, weil sonst funktioniert es nicht. Ess mal nur Obst, 5.000, 6.000 Kalorien am Tag, egal wie viel. Du nimmst ab, probier es aus, mach ein paar Wochen, nur Obst, Mono, nur Obst, kein Grün, nichts anderes. Wirklich nur Obst essen, meine ich damit. Ess 5.000, Wassermelonen. Ess deine 5.000, 10.000 Kalorien am Tag. Du wirst nicht zunehmen. Probier es aus, mach den Selbstversuch. Glaub mir nicht einfach. Wenn du mir einfach glaubst, dann bringt dich das nicht weiter. Mach die Erfahrung. Sag entweder, du weißt es oder du weißt es eben nicht. Und wenn du sagst, du weißt es nicht, dann mach nicht die Annahme und sag, das stimmt oder es stimmt nicht. Glaub nicht einfach irgendwas, was dir jemand erzählt. Glaub nicht irgendwas, was ich dir erzähle. Mach deine Erfahrung. Prüsch zum Beispiel so nach, wenn du möchtest. Du kannst es auf zig Wege, wenn du eine Klarheit entwickelst, dann wirst du sehen, dass es so nicht funktioniert. Probier es einfach aus. Aber mach nicht die Annahme, dass diese Theorie stimmt. Mach deine Erfahrung und dann wirst du sehen, wie es funktioniert. Und baue lieber das Bewusstsein, diese Klarheit, diese Freude beim Essen auf und genieß das Essen wieder, ohne dass du für irgendwelche Galerie nachten musst. Du isst es, was dir gut tut, was dir schmeckt, was dich gut anfühlt und entwickelst eine ganz andere Dankbarkeit dafür. Das ist das neue Bewusstsein in der Ernährung, das dich wirklich weiterbringt. Und das wünsche ich dir, das zu erfahren, dieses verklemmte Sorgen machen beim Essen. Beim Essen geht es um deinen Körper. Du solltest ihn richtig versorgen und du solltest dein Essen vor allem in erster Linie immer genießen. Natürlich solltest du dich dann für ein gesundes Essen entscheiden. Aber wenn du das Essen nicht genießt, das ist eine Grundvoraussetzung, dann solltest du nichts essen. Wenn du das Essen nicht genießt, ist nichts. Und was Ungesundes kann gesünder sein, wenn du es genießt, als was Gesundes, das du nicht genießt. Aber du solltest eben immer jede Mahlzeit, wie gesagt, genießen. Das sollte dich jetzt nicht dazu auffordern, was Ungesundes zu essen und genießen. Nein, du solltest einfach jedes Essen genießen und dich dann zu dem Gesunden entscheiden, zu dem, was förderlich ist für deinen Körper. Und das wünsche ich dir, wünsche ich jedem. Und ansonsten war es das in dem Video. Ich würde mich über deine Meinung freuen. Schreib einfach einen Kommentar, was du davon hältst, was deine Erfahrungen mit Kalorien sind und was du für ein Bewusstsein, für eine Dankbarkeit jetzt schon entwickelt hast beim Essen. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020